Trainerausbildung der ISKAR 11. bis 13.12.2015. Fünf Aspiranten haben sich eingefunden, hier im Schulungszentrum Sorgambra-Faltclub in Würzburg die Trainerausbildung zur Lizenz D&C anzunehmen. José, du warst eine lange Fahrt aus Weiden, warst jetzt drei Tage hier in Würzburg. Wie stark hat die Trainerausbildung Eindruck auf dich ausgewirkt? Ja, die Trainerausbildung hat sehr viel Eindruck auf mich eingewirkt. Ich habe ja vorher nur als Schüler tätig und jetzt muss ich sagen, also die, ja, war sehr gute Ausbildung. Hast du hier viel mitgenommen? Ich habe sehr viel mitgenommen, ja. Prima, sehr gut, das freut mich. Ich komme mal rüber zum Sergej. Sergej, viel Zeit investiert, viel Neues gehört. War es gut für dich? Alles war gut, alles okay. Also Theorie, praktisch, das braucht man. Das braucht man, prima, war sehr sinnvoll, stark. Okay. Mignon, Mignon, Eleonore. Du hast dir die Frauenquote hochgehalten. Ganz toll, Mädels hier machen Trainerschein, wollen andere Menschen ausbilden, wollen ihre Qualitäten verbessern. Sag was dazu. Wie hat es dir gefallen? Ja, ich bin total begeistert. Es hat meinen Horizont wieder erweitert und ich werde jetzt mit Freude nächste Woche mal ein Training machen. Also es hat mir sehr viel gebracht. Gerade auch der praktische Unterricht, wie du uns gezeigt hast, wo wir uns verbessern können, wo unsere Fehler sind und wie wir auch mit schwierigen Situationen umgehen sollen. Ja, das möchte ich gerne umsetzen. Danke für deine offenen Worte. Heiko! Ja. Heiko, was sagst du zur Trainerausbildung hier im Sokamera Fight Club, ISKA, Schulungszentrum, Leistungszentrum? Mir ist sehr gut gefallen, vor allem der lebendige Unterricht. Man sieht mal einen Experten vor sich, der weiß, von was er spricht. Und ich kann es nur jedem empfehlen, auch wenn er nur ein Kämpfer ist, dass er sich hier das anschaut, das macht. Und dann hat er die Chance, vieles zu entdecken, vieles Neues, was er für sich auch in seinen Kampf mit einbauen kann, für sein Kämpferherz. Absolut top. Klasse, klasse. Experte habe ich auch noch nicht gehört. Sehr gut. Gut, dann komme ich mal rüber zum Serkan. Serkan, grüße dich. Prost. Prost gelernt. Wie fandst du die Trainerausbildung hier im Schulungszentrum? Also ich fand es sehr qualitativ, sehr professionell veranstaltet, ob Theorie oder Praxis. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen und diesen Lizenz oder diesen Seminar zu besuchen, um seinen Horizont zu erweitern und genau sich selbst auch weiterzuentwickeln. Und auch die super Atmosphäre hier hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es bringt uns auch sehr weiter. Dankeschön. Klasse. Die super Atmosphäre, die habt ihr erzeugt und dafür danke ich euch. Gehen wir mit den Händen zusammen. Und was haben wir heute gelernt? Prost! Prost! Prost!